Bounce Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit den beiden komischen Leuten, denen da hinten alles am Arsch vorbeigeht, wo ich gesagt hab, die sollen sich da so hinstellen, die ihre Angeln gleich noch wegwerfen. Ich hab nen Nine-Tag gefrischt. Ganz toll, den wirfst du aber auch weg. Hallo! Hallo! Also, das ist der Herr Super Mario von BroPro's HD und das ist Timo Kuhl, der noch bei uns mitmachen wird. Vielleicht, ja. Nein, ich nicht mitmachen. Ja? Doch nicht? Doch, doch. Okay, okay. Also, ähm, wir werden... Aber falls ihr auch neu... Halt mal kurz die Klappe! Ich mach meine Angel jetzt kaputt. Mach dir ein Timo kaputt, ich nehm auf. Angemächtig möchte Eigenwerbung machen. So. Ja, und wir erzählen mal das Prinzip... Ja, ja, das machst du mal kurz... Und es wird schon wieder Nacht. Ähm, oh, Alter, das sieht so geil aus mit dem Texturmpack. Ähm, ja, also was ich jetzt hier, äh, ich muss das dir jetzt erklären, weil ich aufnehme. Ähm, das hier ist ein neues Projekt von uns. Ja, und ich löse mal ab. Ihr denkt bestimmt, wir machen hier so wieder Standard-Minecraft, ne? Aber es gibt noch eine brutale Veränderung, dass das ganze LP noch, ähm, ein bisschen anders macht. Und zwar, dass wir uns kein Haus bauen, sondern dass wir immer wieder weiterreisen und nicht uns so festsetzen und dann sagen, ja, hier bauen wir jetzt unsere ganze Scheiße. Und ja, und damit wir das noch... Also, das heißt, dass wir immer am Reisen sind und, ja. Und damit das einfach nochmal besser wird, haben wir noch was bei dem Essen abgesprochen. Das kann ja der Max mal sagen. Ja, genau, das ist mir eingefallen. Oh, ich hab ne Errungenschaft. Ähm, Timo auch. Ähm, hier, dass wir, wenn wir irgendwas essen, egal was, das müssen wir für den Rest des Let's Plays hier für immer essen. Ja, und ich denk mal, dass das Projekt hier so 20 bis 30 folgen, ne? Ja, irgendwie sowas. Oder auch nur 20, was weiß ich. Und ich denk mal, dass wir danach noch ne zweite Staffel machen. Und ich würd sagen, da wir hier schon mal richtig geil sind und hier direkt schon mal... Ja, wir haben gesagt, egal welche Welt, wir bleiben auf der. Aber ich hab Optifine drin, also keine Mods, aber auch... Also, doch. Ich hab auch Optifine drin. Hm, und angemerkt auch noch, die dritte Folge kommt bei mir, da ich... Also, wer... Genau. Und die kommt auch hier auf dem Server. Achso, wer möchte von euch Schweinefleisch haben, ich hol mir nämlich ne Kuh. Aber brate das lieber, dass es besser wird. Ja, ja, klar, ich brate es mir. Wir sollten jetzt wirklich aufpassen, was wir essen. Obwohl, Kuh sind eigentlich eher selten, ne? Ich würd lieber Schweine nehmen. Die sind genauso auf die Schweine. Na, Schweine, naja, Schweine sind ein bisschen... Gibt es da überhaupt ne Häufigkeit? Oder ich mein, das ist Zufall, ne? Das ist Zufall. Aber man trifft eher auf Schweine zu. Ja, gut, auf Schafe auch. Warte, warte, wir sollten uns mal nicht zu sehr voneinander verlieren. Ich verstehe gar nicht, warum dieser Mega-Leck da grad war, aber ist ja auch egal. Ey, mir hat's auch grad geleckt. Ja, bei mir auch. Ich denk mal, weil die Welt hier noch generiert. Ich ess ruhig Pähnchen. Oh mein Gott. Okay, ich mach mal ne Werkbank. Ey, Super Mario, Super Mario. Ey, Leute. Nom, 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 nom. Ich hab grad, ähm, einfach Gewohnheit von Endergames schon mal ne Werkbank und Stecker gemacht. Ja, also, wenn mir jemand sagen würde, wo ihr sagt... Ach, ich hab euch gefunden. Ich hol schon mal ein bisschen Stein. Äh, 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 ich hab schon richtig viel Hunger, Alter. Ich hol' Stein für den Ofen. Timo, nom, nom. Ich hol' Stein für den Ofen, ne? Leute, ich hol' Stein für einen Ofen. Ja, ja, mach mal. Aber ich hab hier grad, äh... Oh mein Gott, Timo darf nur noch rohes Schweinefleisch essen. Dachte ich nicht, ich hab nicht gegessen. Ja? Hm. Hab ich wirklich, ich hab noch, immer noch meine fünf Stück, die ich vorher hatte. Ja, werf sie hier hin. Gib sie mir. Die willst du dir dann schlauen, du Penner. Du kriegst sie gleich wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Chris, wie viele hatte er vorher? Ich hatte fünf vorher. Stimmt schon alles. Okay, dann behalte ich's jetzt. Ja. Dankeschön, Chris. Ah, ich hab alles. Ey. So, ich mach mal, ich hol mal kurz Holz für Holzkohle. Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mein Sound höher stellen, so. Ich hab mal extra leise gestellt, damit man uns besser hört. Ja, ich hatte nur noch auf vier Prozent, ich hab gar nichts mehr gehört. Ne, Max, sollen wir mal erzählen von unserem schönen Tag heute? Oh ja, bester Tag ever. Ja. Ihr seid auch ein Wort gefahren? Ja. Ja. Ende. Ne, aber das Schöne war halt, dass wir am so, wir waren noch schön im Garten, haben ein bisschen gechillt, ne, und waren dann nochmal schön im Pool und dann war irgendwie... Hörst du mal auf, durch mich durchzulaufen? Aber klar doch. Und, ähm, dann war halt so, ähm, die Idee, ich hatte noch Geld, schön Geld. Ja, das war für euch auch. Ja, also ich hab noch mehr, aber für Essen so, ne. Und dann so, hey, lass nochmal zu McDonalds mit dem Longboard. Und dann... Das gibt's ja, ich brauch' es. Du auch? Ich brauch' es auch. Ja, aber ich finde, wir sollten nicht alle dasselbe haben, das wär' langweilig. Siehst du, und ich hab' das gesammelt. Ja, aber guck mal, ich, ich krieg' schon Schaden. Ich hab' schon Dachschaden, ne. Hier, Chris, fress das. Gib her, ich brat' das, gib her. Nein, das will ich haben. Der hat noch gebratene Schweinefleisch essen. Ich mach mir jetzt ein Holzschwärmchen. Und ich denk' mal, dass unser Ziel ist, so schön ne Dia-Ausrüstung zu bekommen, ne. Ja, klar. Also, ich ess Kühe. Also, dass wir alle so schön, ähm, Dia, also vielleicht sogar verzaubert, so Rüstung und Schwerter und die Spitzhacke und was weiß ich. Ich bin Kuhschubser. Kuhschubser? Ja. Verdammt, macht der Gewohnheit. Ähm, ich geh' mal ein bisschen Hähnchen suchen. Ach, ne, jetzt fängt's an zu regnen. Es regnet, es regnet, die Erde wird Kacke. Okay, ähm. Da hab ich jetzt schon wieder keinen Bock drauf aufnehmen. Das ist schon wieder so trüge. Ja. Nein, bei mir sieht's irgendwie immer noch so ein bisschen hell und fröhlich aus. Also, eben Regenhell. Was ist denn für ein Texture Pack drin, ey? Immer noch so ein bisschen traurig durch den Regen, aber immer noch hell und fröhlich durch das Texture Pack. Okay, ich ess ab jetzt, ähm, gebratenes, ähm. Kuh, äh, Rindfleisch. Und wie heißt das, Dan? Steak. Steak! Aha. Ich wollt schon sagen, ey, was wollt ihr denn von mir? So, und ich würd sagen, dass wir auch schon bald in die Mine gehen. Also, dass wir uns jetzt erstmal Asen holen, ne? Schön fräsen. Mh, ich brauche aber Hähnchen. Also, noch hab ich mich auf nix festgelegt. Das ist gerade ziemlich praktisch bei mir, aber... Ich hab mir schon festgelegt. Timo auch. Kuhfleisch. Schweinfleisch. Ich töte dir mal ein Chicken für dich, ne? Chicken? Wo? Wo ist Chicken? Ich hab dir eins gegeben. Ja, ich geb dir jetzt eins. Ein Chicken. Ich werd auch auf Kühle, Schwein umsteigen, weil ich hab... Oh, Chris. Ich hab mich schon entschieden. Ich hab immer noch ein Kuhfleisch. So ist es nicht, ne? Also, ich kann mich immer noch dafür umentscheiden. Aber du meinst jetzt selber, wir sollen alle was anderes nehmen. Ja, aber guck doch mal, wie viele Hähnchen hier rumschwören. Gar nix. Hä, doch. Da, wo ich langgelaufen bin, waren voll viele. Und Timo, ich bin sozial und bring dir ein paar Schweine mit. Das find ich gut. Zum Glück gucken uns wahrscheinlich keine Muslime, sonst würden die uns hier ganz schön hassen. Wenn du das erwähnst, hassen die uns. Ja, kann ja sein, ne? Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, äh, ja, ist halt so, ähm, ich hab nix dagegen, wenn man ein Muslime ist. Es gibt normale Leute, die denken, sollen die anderen noch essen, was sie wollen. Ich bleib dabei und mach das. Also mir macht das auch überhaupt nix, dass sie dann sagen, ja, ich hab kein Schwein mehr. Ich hab schon mal hier dein Steak rausgeholt, du. Meins? Nein, nicht deins. Also ihr könnt schon mal, ah, daran fern. Alter, ich hab 17 rohes Rindfleisch. Ja, bitte. Oh, danke schön. Ich hab 17 rohes Rindfleisch. Oh ja. Ne, 18. Ich hab 18. Äh, Klaus. Ich habe 18. Die wissen, dass ich Max heiße, du Idiot. Ja, 18. Nimm das an. Ja. Fleisch. Meine Fresse. Fleisch. Timo, äh, Klaus. Ja. Hier. Wofür hast du dich festgelegt? Max, hier. Jeder gibt sich was, darum muss ich dir auch was geben. Was hast du mir ge... Hä? Was hast... Was hast du mir gegeben? Drück E, dann siehst du's. Hä? Eine Holzspitzhacke. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde mich dann gleich mal auf die Suche nach Hähnchen machen. Ja, ich mach mal nochmal einen Ofen, ne, weil das wird hier ein bisschen eng. Ja. Wo ist mein anderes Hähnchen? Ja. Das liegt da. Wisst ihr, was ich gut finde daran? Das war. Jetzt klauen wir uns nicht mehr gegenseitig das Essen, weil es heißt, nein, ich will das haben. Ich glaub, das wollten wir auch mehr oder weniger. Unbewusst. Da ist noch ein Hähnchen. Immer dieser Essensstreit. Und du hast nicht zu weit auf die Uhr geguckt, Max? Nö. Wir haben jetzt sieben nach, das heißt, ich glaub, wir haben so, ähm, lasst mich lügen, ähm, zwei nach angefangen. Also fünf Minuten sind das jetzt schon. Jo. Alles klar. Sagen wir einfach, wir machen noch zehn Minuten. Während ich hier mein Hähnchen suche. Läu, war die coole Bitch. What for a Bitch? Ich hab grad ne Kuh getötet. Ich hab grad ne Kuh getötet und die hat mir einfach gar, gar nix gedroppt. Loy. Ich glaub, das ist eher unwahrscheinlich, dann, ähm, hast du wahrscheinlich, ähm, wie ich das glaube, ähm, neu. So. Ah ne, ich hatte ein Leck. Ich geh mal ein paar Bäume abschlachten für ein bisschen Kohle. Ja, da war das Fleisch. Ich geh grad Kohlefarm für ein bisschen Kohle. Das find ich gut. Dann geh ich gerne rein bis in Holzfarm. Ich dachte mir, wo ich da grad vorbeilaufe, ist bestimmt nicht viel Kohle. Es war viel Kohle. Ähm, nehm ich die mal mit. Und ich hab gleich Eisen gefunden, aber das kann ich nicht abbauen, weil Timo mir nur eine Holzspitzhacke gegeben hat. Ja. Und nochmal zu unserem Tag heute. Also, Long but Fun an sich macht ja schon... So erstmal schön, also mein Tag war richtig geil und deiner? Na, also Long but Fun macht ja an sich ziemlich Spaß, ne? Und jetzt aber das Ding, wenn man einfach nur rumfährt, so, äh, das gibt einem nicht den Kick und wir haben halt, ähm, ja, wenn man halt einen Grund hat... Wir haben halt ein bisschen Drogen dabei genommen und dann hat das richtig, ich meine... Ähm, also, es macht schon Spaß, wenn man dann die Kalorien vorher abarbeitet, die man sich dann bei McDonalds wieder reinhaut. Wir haben uns mehr reingehauen. Ja, aber man hat schon mal einen Teil. Wir haben uns das Essen fast sogar verdient. Kann man so nennen, ja. Wir nennen's mal so. Sagen wir das einfach mal, damit es sich freundlich anhört, ne? Ich hab ja schon 18 gebratene Schweinefleisch, Alter. Sei froh. Ich hab, ähm, Super, hab ich, äh, Super Mario, hab ich schon grad noch ein bisschen was gegeben. Wieso sagst du nicht unsere richtigen Namen? Oh, wenn ihr Hühnchen findet, bringt mir die auf jeden Fall mit. Weil ich nicht weiß, ob die das, äh, alle wissen. Ich hab doch schon gesagt, ich heiße Marc, der heißt Chris und du bist Timo. Gott. Nein. Ich bin cool 9-8. Ich sag dazu mal nichts. Bei mir leckt es einfach nur. Aber so ne Angel kann ganz praktisch sein, weil wir haben ja wirklich irgendwie Name, äh, Timo hat ja Name-Tag geangelt. Ja, aber wir können jetzt, wir hätten uns mal auf Fische einsetzen sollen. Oh Gott. Das ist langweilig. Ne, das ist gerade nicht langweilig. Alter, die Explosion sehen geil aus vom Creeper. Aber dann ist halt das Problem, dann haben wir mal... Äh, Leute. Ja. Bevor's Tag wird, müssen wir weiterziehen, ist euch klar, ne? Wieso? Weil wir nirgendwo länger als ein Tag bleiben dürfen. Wir waren hier jetzt ein Tag. Und wenn's jetzt wieder Tag wird, dann... Ja, okay, dann baue ich schon mal hier... Wird auf noch gebrochen, dann baue ich den schon mal wieder ab. Wir müssen schön weiter. Das finde ich gut. Aber wir dürfen schon einen Tag länger da bleiben, wenn wir zwischendurch weggegangen sind für was anderes. Ja. Wir dürfen uns nur eben kein festes Haus bauen, wo wir jetzt sagen, ach, ja, geh mal eben nach Hause und so, ja. Aber man darf sich übernachten Unterschlupf bauen fürs Bett und so. Ja. Bloß man... Man muss dann am nächsten Tag gleich wieder. Dann kommt, lass mal auf die Suche gehen nach Phrasen und sonst was für so Sachen. Ja, wir auch für. Freude, kommt, los geht's. Ich hab jetzt erstmal genug Phrasen und deswegen würde ich sagen, gehen wir in die... Oh, heilige Scheiße. Ich hab nicht genug Phrasen. Wir brauchen erstmal für mich genug Phrasen. Ja, da müssen wir bis zum nächsten Tag warten. Warum? Oh. Wir können uns jetzt ja sowieso kein Haus bauen. Und wenn wir nur drei Wege weitergehen, zählt das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ordentlich gehen. Ja, aber ich hol schon mal ein bisschen Wolle für Betten, ne? Ja. Scheiße. Na toll, ich regeneriere nicht mehr. Hast du jetzt schon nichts mehr zu essen? Deswegen wollte ich ja Hähnchen so ungern. Aber ich hab hier total... Aber eigentlich trifft man immer total viele. Ich zumindest. Ja, dann töte die doch mal. Ich hab so... Ich hab ja eins für dich getötet, aber... Eins. Herzlichen Glückwunsch. Ja, besser als gar nichts, ne? Oh, Dank für das. Geschenken-Gaul. Schaut mal nicht ins Maul. Doch, dem schau ich ihn mal auf. Den hätte ich scheißen können. Das ist mein Führer. Das ist mein Führer. Das ist mein Führer. Das ist mein Führer. Die Kuh. Die Kuh. Die Kuh. Das ist meine. Meine, meine Kuh. Die macht muh. So wie du. Kommt ihr eigentlich gerade mit auf den Berg oder gehe ich hier gerade umsonst hoch? Ich komme hier schon. Dieses scheiß Wetter, ey. Das gibt's noch mal. Doch, Barone. Ja! Da sind noch mal Chicken. Hähnchen! Hähnchen! Ich hab hier was für dich. Ich kann nicht mehr laufen! Oh Gott, auf mich wird geschissen. Ich bin froh, dass auf mich nicht geschissen wird. Mich wird gerade auch geschissen, aber... Hier sind noch mehr Hühnchen. Hier sind richtig viele Hühnchen. Ja, ach nee. Ich komme an dieses scheiß Skelett nicht ran. Das gibt's doch gar nicht. Und Schweine! Oh, scheiße. Cool. Ehrlich jetzt? Ohne Witz. Nein! Ja, dann musst du wohl wieder hier hinkommen. Also, da würde ich sagen, Pech gehabt. Sollen wir deine Sachen einsammeln oder nicht? Ja, sammelt die mal schnell ein, bevor die weg sind. Ja, ich weiß nicht, wo du krepiert bist. Ich weiß es. Oh, sorry. Mach gar nichts. Ich hole es, ich hab schon zwei XP. Alter! Nein! Kommt für die Anfangsphase! Aber das letzte Mal, jeder darf das einmal machen. Oh fuck! Minizami, 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 Minizami! Ja, genau, da bin ich irgendwo verreckt. Minizami, 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 Minizami. Oh Gott, ich hab das, ich hab das Zeug, ich hab das Zeug. Ja? Jetzt müsst ihr mir aber den Arsch retten. Wenn ich wüsste, wo du wärst. Wo seid ihr? Ja, Chris ist irgendwie so komisch anders hingelaufen, dass ich nicht mal mehr weiß, wo ich hingelaufen bin. Alter, 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 alter. Aber hier sind über die Hünchen, wo ich bin. Ja, töte sie bitte. Bin schon dabei, ich hab schon zehn. Ich hab zehn. In welche Richtung geht ihr? Ähm, das steht ja, wenn ihr F3 drückt. Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Meint ihr mich? Ach, 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 Minizami! Ja, ach nee, der ist hinter dir. Ich will dir grad helfen, aber... Dann macht hier mal euer Ding und ich, ähm, hol' Kohle. Ich seh'n nämlich grad' Kuhle. Krieg ich mein Kram? Ja, es hat aufgehört zu regnen. Yeah! Das ist schlecht. Jetzt können... Ja, oh, danke, danke, du bist, du bist mein Schatz. So, das behalte ich oder so. Ich hab was gegen die Zeit, 3, 10. Der ist doch noch hochgekommen! So, motherfucker. Also, ich hab da ne Kohle einbehalten, einfach mal. Ja, wär schön, wenn du nen Ofen aufstellst. Hast du einen? Äh, nö. Aber ich kann den machen. Das find ich gut. Mach mal einen. Hey, Leute, ähm, könnt ihr mal Streitrein und sagen, in welche Richtung ihr geht? Ach, fuck. Ähm, also, wenn du die Milchstraße siehst, dann in die andere Richtung vom Mond. Willst du mich verarschen? Nimm die Milchstraße bei mir. Wir sind minus 3, also minus 703. Ich hab hier grad ein Monsterproblem. Heilige Scheiße. Minus 703 und 321. Meine Kohle, mein Essen. Nochmal für den... Zum Schreiben. 704. Hey, warte, warte, ich hatte ein bisschen Holz. Willst du das wieder haben? Ja. Töch. 704. Ach, da seid ihr. Ich hatte ein bisschen mehr. Ich hatte immer noch ein bisschen mehr. Und zudem hatte ich noch... Alter, guckt euch mal meinen Kopf an. Dein Cock. Oh, le... Oh, fuck. Oh, like the dogs. Äh, was? Hast du mir grad mit einem Schwert geschlagen. Ja. Und hier sehe ich gerade, wir sind auch schon am Ende der Folge. Achso, ja. Wenn es euch gefallen hat, leist doch einen Daumen hoch da. Aber nur, wenn es euch gefallen hat. Wir wollen euch zunächst springen, weil sonst kriegen wir Ärger. Also, äh, die nächste Sicht wird denn seine Sicht hier sein. Tüch, bist du hochgeflogen. Ja, wenn ich grad springe. What the fuck? Brazen. Knospre Haut. Naja, ich würd sagen, wir machen dann auch hier jetzt, äh, Ende. Bei diesem wunderschönen Sonnenschein, warte, äh, Sonnenaufgang, ich mach das nochmal so halbwegs korrekt, dass es nicht ganz so schlimm aussieht mit diesem Texture-Pack. So. Verdammt! Das geht nicht. Äh, äh, okay, äh, nein, das wird nichts, das sieht einfach kacke aus. Äh, mit dem Berg... Nein, okay, äh, scheiß drauf. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn ihr das anguckt. Oder insgesamt heute noch den Tag, äh, wünsche euch auch noch viel Spaß und, äh, entweder gute Nacht, guten Morgen. Guten Mittag. Genau. Guten Hunger. Sag einfach Moin Moin. Genau, Moin Moin oder guten Hunger, wenn dir gerade was isst dabei oder... Hummel Hummel. Moos Moos. Richtig. Muss jeder klären. Naja, ähm, das geht nicht jeder. Also ist hier schon ganz... Okay, dann jetzt mit Herala einmal an die Kamera gucken. Da ist nicht die Kamera. Richtig, da ist die Kamera. Chronicle! Geh mal wieder den Dedo raus. Ich hab keinen. Er hat keinen Dedo. Guckt euch mal dann meinen. Mario, er hat keinen Dedo. Ey, ey, ey. Ja, ja. Ich brauch keinen Gummy Dedo, ich hab einen in der Hose. Ich auch, aber ich fühl mich immer sicherer mit dem Ding. Okay. Schön. Und das wär's dann auch mit dieser Folge. Und ich würd dann sagen... Tschüss. Ey, ey, nicht so durchschlagen. Tschüss.